Erstmal herzlich willkommen zur Season der Easy Business Manager im Praxiseinsatz. Ja, auch wenn noch nicht alle da sind, es gibt einfach so viel zu zeigen und die Zeit ist leider so knapp, dass ich einfach schon mal anfange. Ich denke, die anderen werden dann auch gleich kommen. Zu Anfang hat sich bei der Konzeption des Vortrags auch gleich ein Problem ergeben. Es hat sich gezeigt, dass man den Praxisansatz nicht versteht, wenn man den EBM nicht kennt. Wer hat schon mit dem Easy Business Manager gearbeitet? Okay, das sind ungefähr genau null. Sowas in der Art dachte ich mir. Ich werde jetzt anfangen und einen kurzen Überblick über den Easy Business Manager, über die Funktionen geben. Und dann müssen wir einfach mal schauen, wie weit wir kommen. Für eine oberflächliche Betrachtung des Komplettpakets brauche ich normalerweise so ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden, weil er einfach so komplex ist. Wir brauchen uns also keine Illusionen machen, dass wir hier irgendwie in die Tiefe gehen könnten. Ich hoffe, dass wir zumindest alles einmal kurz ansprechen können. Ja, da die Zeit so knapp ist, möchte ich erstmal mit einer ausschweifenden Vorstellung meiner Person beginnen, damit ihr wisst, wer euch jetzt die nächste Dreiviertelstunde hier vollquatscht. Mein Name ist Patrick Froch. Ich bin 35 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und Webentwickler. Wer hätte das gedacht? Meine Firma heißt Easy Solutions IT. Ich entwickle leistungsfähige und komfortable Erweiterungen für Contao, wie zum Beispiel den Easy Business Manager. Mit Webentwicklungen beschäftige ich mich seit 2004 und selbstständig bin ich ungefähr seit 2008. Der eine oder andere kennt mich vielleicht aus dem IRC oder aus dem Forum. Da bin ich als ESIT unterwegs. Und einen Überblick über meine Arbeit bekommt man entweder im ER, einfach in der Seitenleiste mal auf ESIT klicken. Dann kommen alle meine Erweiterungen oder halt auf Easy Solutions IT. So, das war es auch schon mit den Ausschweifungen. Ich springe jetzt einfach mal direkt in das Backend. Beginnen möchte ich das Ganze, wie gesagt, mit einem kleinen Rundgang. Die meisten EBM-Module befinden sich hier oben. Ich werde nicht auf alles eingehen. Ich starte einfach mal mit der Kundenbetreuung. Ich mache das mal gerade zu. Hier habe ich, also wer mit dem Easy Business Manager noch gar nichts anfangen kann. Es geht halt um Firmenverwaltung, Kundenbetreuung, Auftragsverwaltung und so weiter und so fort. Hier habe ich alle meine Kunden. Das sind letztendlich Einträge in der Mitgliederverwaltung. Da kann ich dann natürlich sagen, ob die hier angezeigt werden sollen oder nicht. Es ist also auch möglich, private Adressen oder sonst was damit zu verwalten. Ich gehe hier einmal in den Datensatz von Frau Mustermann. Da habe ich natürlich die ganz normalen Contao-Felder, Vorname, Nachname, Firma, Straße und so weiter und so fort. Die kennt ihr sicherlich zur Genüge. Zusätzlich gibt es einige Spezialfelder, wie zum Beispiel die Kundennummer. Dies ist eine automatisch erzeugte Nummer. Da könnt ihr festlegen, wie die erzeugt werden soll. Es können Textbausteine drin sein, wie zum Beispiel hier KU-. Es können Datumsbestandteile drin sein, also Jahr, Monat, Tag, was auch immer. Und es kann ein Zähler definiert werden. Da kann ich angeben, wie viele Stellen soll er haben. Hier habe ich zum Beispiel einen vierstelligen Zähler. Ich kann angeben, wo soll er beginnen. In diesem Fall bei 1000. Und wie soll die schrittweise sein. 1, 5, 10, je nachdem wie ihr das wollt. Und das geht bei allen Automatiknummern. Also bei Kundennummern, bei Auftragsnummern, bei Rechnungsnummern. Und damit ist einfach gewährleistet, dass ihr, wenn ihr von einem anderen System kommt, eure alten Rechnungsnummern übernehmen könnt. Die werden also nahtlos fortgeführt. Damit hat dann auch das Finanzamt nichts dagegen. Dann habe ich hier die Möglichkeit, Elternadressen zu definieren. Damit kann ich hierarchische Strukturen abbilden. Also zum Beispiel Firma hat Mitarbeiter, zum Beispiel Manager, Manager verwaltet Filialen, Filiale hat Angestellte. Das kann ich alles hier mit abbilden, indem ich einfach die Elternadresse angebe und dann sage, in welcher Beziehung steht der Mitarbeiter zu der Elternadresse. Und diese ganzen Felder hier, die werden, naja, das sind die Elternadressen, aber diese ganzen Beziehungen, Klassifizierungen, Bewertungen, das könnt ihr natürlich alles über die Einstellungen individuell belegen. Da gibt es noch Zahlungsweise und so ein paar Felder für die Sortierung, wie zum Beispiel ist es die bevorzugte Kontaktadresse, ist es eine Geschäfts- oder Privatadresse, Rechnungsadresse und so weiter und so fort. Und man kann eine Bemerkung eingeben, damit man einfach weiß, was man mit dem Kunden so grob im Sinn hatte. Zur Kundenverwaltung noch Fragen? Nein? Groß geschweigen, okay. Wenn ich zwischendurch ein bisschen schnell spreche, liegt das einfach daran, dass ich möglichst viel zeigen möchte. Das soll euch aber nicht daran hindern, mich einfach auszubremsen oder einfach Fragen zu stellen, wenn irgendwas unklar ist. Einfach immer dazwischen hauen. Dann habe ich hier zusätzlich die Übersicht aller Projekte des Kunden. In diesem Fall nur eins. Der Kunde hat zum Beispiel mal zwei. Und es gibt zusätzlich eine Übersicht über die Aufträge des Kunden. Aufträge sind hier im EBM halt Rechnungen, Angebote, halt alle Dokumente, die ich aus der Datenbank erstelle. Wenn ich hier rüberfahre, bekomme ich noch so zusätzliche Informationen. Und wenn ich auf diese Icons klicke, komme ich direkt in die Projektansicht oder hier halt in die Auftragsansicht. Oder ich habe hier die Möglichkeit, das Dokument direkt zu erstellen. Diese ganzen Shortcuts werde ich jetzt alle hier im Vortrag nicht benutzen, weil ich denke, das führt einfach zu Verwirrung, wenn man zu viel hin und her springt. Das müsst ihr mir einfach glauben, dass das funktioniert. Ja? Nein, das ist Open Source. Also der größte Teil ist Open Source. Es gibt jetzt bald zwei kostenpflichtige Module. Das ist einmal die Mail-Integration und einmal das PDF-Modul. Weil im Standard erzeugt werden die Aufträge hier als Open Office-Dokumente erzeugt. Was in der Regel kein großes Problem ist. Wenn man so wie ich nicht mehr als 20 Angebote die Woche schreibt, dann kann man da durchaus das in PDF-manuell umwandeln. Wenn man sehr viele Angebote oder Rechnungen erstellt, dann ist eine direkte Ausgabe als PDF natürlich sinnvoller. Aber das Modul wird so 49 Euro kosten, denke ich. Und das ist, wie gesagt, nur wenn man ein sehr hohes Aufkommen hat, interessant. Okay, ich springe mal in den Kommunikationsverlauf. Ja, ist ein normales Open Office-Dokument mit Insert-Tags. Zeige ich nachher mal. Oder halt ein HTML-Dokument, wenn es ein PDF werden soll. Und die können halt komplett frei gestaltet werden. Deswegen braucht man hier auch keine Firmendaten pflegen, weil die kann ich halt alle im Kopf des Open Office-Dokuments hinterlegen. Und somit habe ich hier überhaupt nichts damit zu tun. Hier im Kommunikationsverlauf habe ich halt alle Kontakte zu dem Kunden auf einen Blick. Ich habe hier oben die Kontaktinformationen. Man sieht das jetzt leider hier sehr schlecht. Die sind jetzt hier grün hinterlegt. Ich habe also auch die Möglichkeit, Hintergrundfarben zu definieren. Was einfach eine schöne optische Unterscheidung gibt, zum Beispiel in der Kommunikationsstränge. Zum Beispiel alles, was mit Design hat, ist grün. Alles, was mit Rechnung zu tun hat, ist rot. Und dann sehe ich direkt, mit wem habe ich da kommuniziert. Mit dem Designer oder der Dame vom Büro oder dem Buchhalter oder was auch immer. Ich habe hier die Möglichkeit, einmal die Adresse des Kunden auszuwählen. Also ich bin ja schon in einem Kunden drin. Trotzdem kann der Kunde natürlich mehrere Adressen haben. Das ist wieder dieses über die Eltern-Adresse. Und diese Adressen kann ich hier auswählen. Da kann ich dann also direkt sagen, okay, ich habe mit dem Manager in der Hauptstelle kommuniziert oder ich habe mit dem Filialleiter kommuniziert. Das sehe ich dann direkt hier. Ich kann sagen, was für eine Art von Kontakt ist es. Also Mail, Telefon, Brief. Auch das natürlich wieder individuell belegbar. Habe ich ihn erreicht oder habe ich ihn nicht erreicht? Und in welche Richtung? Also ging das von mir aus oder ging es vom Kunden aus? Datum, Uhrzeit, das wird natürlich automatisch eingetragen, ist aber änderbar. Ich habe eine Überschrift und eine Bemerkung. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, hier Anlagen hinzuzufügen. Zum Beispiel PDF oder Text oder auch beides. Und ich kann mir eine Wiedervorlage legen. Da kann ich sagen, eine Priorität festlegen. Ich kann sagen, was will ich machen? Zum Beispiel habe ich mit dem Kunden telefoniert. Und dann kann ich hier sagen, Briefkontakt, Angebot, Angebot hinschicken. So, auf Mail gehe ich jetzt nicht ein. Das ist die Zusatzerweiterung. Da gehe ich vielleicht später noch drauf ein. So, und dann sehe ich direkt, ich habe hier eine neue Folgeaktion. Wenn ich hier draufklicke, wird automatisch eine neue Aktion angelegt. Es wird alles, was ich unten eingetragen habe, also in diesem Fall nur Angebot hinschicken, wird automatisch in die Überschrift und in die Bemerkung der aktuellen Aktion eingetragen. Und ich habe die Möglichkeit, wieder Folgeaktionen zu legen, also eine neue Wiedervorlage aufzumachen, wenn ich das möchte. Es wird auch automatisch die Hintergrundfarbe übernommen. Das heißt, man hat also dadurch automatisch diese Kommunikationsstränge, die ich eben ansprach. Und ich habe eben zwei Anhänger eingetragen, die sehe ich jetzt hier. Das heißt, wenn der Kunde dann anruft, ja, ich habe da ein Problem mit ihrem Angebot, in den Kommunikationsverlauf, dann kann ich das direkt hier anklicken. Wenn es ein Text ist, wird mir das automatisch angezeigt. Bilder natürlich auch. Also wenn man Ihnen ein PNG oder ein JPEG mit einem Design geschickt hat, kann ich das hier direkt aufrufen. Und wenn es ein PDF ist, gut, dann passiert halt das, was, das liegt halt an der Browsereinstellung. Entweder es wird sofort angezeigt oder es wird halt so zum Download angeboten. Zum Kommunikationsverlauf noch Fragen? Wünsche, Anregungen, Kritik? Okay. Projektverwaltung und Auftragsverwaltung gehe ich gleich gesondert darauf ein. Ich mache erst mal mit der Artikelverwaltung weiter. Wenn ich Angebote und Rechnungen schreiben will, dann brauche ich natürlich Artikel, also Dienstleistungen oder Produkte. Hier habe ich die Möglichkeit zu sagen, es ist eine Dienstleistung oder ein Produkt. Die Kategorien werden natürlich wieder individuell oder sind wieder individuell anpassbar. Das ist wieder eine automatisch erzeugte Nummer. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue anlegen würde, kommt halt die nächste Nummer in der von mir definierten Schrittweise. Ich kann sagen, es ist ein aktiver Artikel, dann kann ich es im Angebot auswählen. Ist das nicht der Fall, dann taucht er halt nicht auf. Oftmals will man ja Sachen nicht löschen, die man im Augenblick nicht verkauft oder nicht auf Lager hat. Dann kann man die hier auf inaktiv setzen. Ich kann eine Bezeichnung eingeben, eine Beschreibung und einen Kommentar. Die Beschreibung kann ins Angebot übernommen werden. Der Kommentar ist nur intern, der ist also nicht für den Kunden gedacht und steht nur intern zur Verfügung. Das ist die Contao-Datenbank, aber eigene Tabellen natürlich. Ja, ja, natürlich, es ist alles komplett Contao, setzt auch komplett zu 100% aufs Framework auf. Ist also eine komplett reine Contao-Lösung. Dann habe ich hier noch die Standardmenge und die Einheit. Das wird mir ins Angebot übernommen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Position anlege, Telefonsupport, wo ich in der Regel 15 Minuten abrechne zum Beispiel. Dann trage ich hier als Standardmenge 15 ein, hier die Minuten. Und dann werden mir als Vorgabewert 15 Minuten ins Angebot übernommen, wenn ich diese Position in ein Angebot einfüge. Kein Problem. Was ist deine Zielgruppe? Soll ich das Ding genauso benutzen? Ja. Wenn du mal sagen, aber eigentlich jeder für uns wieder das konzentriert, auch drei zusätzliche Felder. Ja. Dann wird es halt eben so... Brauchst du gar nichts machen. Ist mit drin. Eigene Datenmodelle nicht, aber eigene Felder. Du kannst dir hier eigene Felder anlegen. Vom Typ Textfeld, Selectfeld oder Checkbox mit voller Funktion, mit sortierbar, suchbar und so weiter und so fort. Falls dir die Felder nicht reichen, kannst du dir also in allen Contao-Tabellen beliebige weitere Felder anlegen. Die werden auch nicht vom Installer gelöscht. Es wird also eine Database SQL erzeugt und sollten ein TL-Präfix haben, werden halt trotzdem nicht gelöscht und werden auch von BackupDB automatisch mit übernommen. Genau, dann kann ich hier noch Steuer auswählen. Auch die Felder sind natürlich änderbar. Mindestzeit, das ist für die Zeiterfassung da. Ich habe hier halt die Möglichkeit, einen Kunden auszuwählen, eine Dienstleistung und eine Aufgabe und kann dann hier eine Zeit erfassen. Zum Beispiel, wenn ich Telefonsupport mache, der Kunde ruft an, die Zeiterfassung läuft jetzt. Ich kann mich jetzt auch ausloggen, ich kann in das Kundenprojekt reingehen, die Zeit läuft weiter. Dann komme ich wieder in meine Maske und stoppe irgendwann die Zeiterfassung. Wenn ich jetzt hier eintrage, es sollen immer mindestens 15 Minuten berechnet werden und ich habe mit dem Kunden nur 7 Minuten telefoniert, dann wird beim Importieren der Zeiten in eine Rechnung automatisch 15 Minuten importiert und nicht die 7 Minuten, die ich eigentlich erfasst habe. Weil ich hier halt gesagt habe, für diese Position immer diese Mindestzeit verwenden. Und ab der 16. Minute wird dann natürlich die erfasste Zeit ganz normal importiert. Dann ist noch so eine Art kleinen, also hier habe ich dann Lieferanten. Bei den Kontakten, bei den Kunden, bei den Personen kann ich einen Status auswählen, Kunde, Lead, Privat und auch Lieferant. Wenn Lieferant ausgewählt ist, dann erscheinen die in dieser Selectbox und ich kann hier halt meine Lieferanten auswählen. Ich kann die Lieferantenbestellnummer angeben. Wenn ich also nachbestelle, weiß ich direkt, welche Nummer ich angeben muss. Und hier, Einkaufspreis ist eigentlich nur ein Hinweisfeld. Wenn also der Einkaufspreis wesentlich höher ist als der Standardverkaufspreis, dann sollte ich die Kalkulation überdenken. Zusätzlich gibt es noch eine kleine Lagerverwaltung. Da kann ich einen Lagerort hinterlegen. Die verfügbare Menge, wenn ich eine Rechnung schreibe und aus dem Lager auf die Rechnung buche, wird dieser Bestand reduziert. Dann komme ich unter die Minimal angegebene Menge. Also mal angenommen, ich habe jetzt hier 23. Minimalmenge, die ich immer vorrätig haben möchte, wäre 20. Und ich will dann auf 30 so bestellen, dass ich mindestens 30 habe. Wenn ich jetzt noch drei Produkte dieser Position, dieses Typs verkaufen würde, würde ich eine Nachricht bekommen, dass ich mindestens 10 nachbestellen muss, damit ich wieder auf 30 bin. Das ist einfach so ein kleines Gimmick. Zu den Produkten noch Fragen? Ja. Ja, es ist keine Warenwirtschaft. Es ist ein kleines CRM. Man kann damit halt seine Produkte und Dienstleistungen pflegen, weil ich die halt über die Rechnung dann verkaufe. Und dann hatte ich halt die Anforderung, dass ein Kunde einen Überblick haben wollte, wie viel er noch im Lager hat. Aber es ist sicherlich keine Warenwirtschaft. Es ist nur eine ganz kleine Lagerverwaltung, die man auch nicht nutzen muss, wenn man nicht möchte. Ich schätze also mit dem Thema Teillieferung an dem Beispiel, du hast mal 23. Der Kunde bestellt 30, dann schickt ihm 23, der Rest kommt nächste Woche. Dann müsstest du in der Rechnung die Anzahl ändern und dann auch die Rechnung buchen. Dann müsstest du halt zwei Rechnungen machen. Also das kann er nicht. Ja, er nimmt dann immer die Anzahl, also zeige ich gleich, wenn ich auf die Aufträge eingehe, wenn da eine Rechnung fertig ist und verschickt wird, kann ich halt aus dem Lager auf die Rechnung buchen. Und dann ist halt das, was in der Rechnung drin ist, wenn dann nur 20 in der Rechnung vermerkt sind, werden halt diese 20 aus dem Lager gebucht. Aber ich brauche den Reminder, dass ich noch 10er nachschicken muss. Ähm, nein. Wiedervorlage legen. Ja, aber da müsstest du dir dann bei der Kundenbetreuung eine Wiedervorlage legen. Die Benachrichtigung kann ich jetzt auch leider aufgrund der geringen Auflösung nicht zeigen. Da sind hier unten dann so Bubbles, gehen da auf, wo mir dann die aktuell anstehenden Dinge immer angezeigt werden. Leider würden die hier alles überlagern bei der geringen Auflösung. Ja, jetzt komme ich auch zu den eigenen Feldern, was ich gerade schon mal kurz angesprochen habe. Da habe ich einmal die Möglichkeit, eine Bezeichnung einzugeben. Ich nenne es jetzt einfach mal Test, weil ich so schrecklich unkreativ bin. Ist nur ein Test. So, Bezeichnung ist einfach das, was hier oben steht. Beschreibung ist das, was hier drunter steht, was dann in diesem Hint aufgeht. Ich kann sagen, in welche Tabelle will ich es einfügen. Was soll es für ein Feld sein? Ich sage jetzt einfach mal Selectbox. Dann kann ich Optionen. Na. Und ich kann sagen, welcher Vorgabewert soll es sein. Der Vorgabewert greift natürlich nur bei neuen Datensätzen. Wenn ich jetzt in den Datensatz gehe, um den zu bearbeiten, wird der Vorgabewert natürlich nicht angezeigt. Das ist ja bei Contaro so allgemein üblich. Ich kann eine leere Option hinzufügen. Das ist halt einfach dieser Strich hier. Ja, danke. Post. Ich kann sagen, ist es ein, also will ich danach suchen, sortieren, filtern. So, dann wird das Feld erzeugt. Und wenn ich jetzt in den Kommunikationsverlauf gehe, unter einen neuen Kontaktversuch anlege, dann habe ich hier mein Feld Test, ist nur ein Test, mit der Testoption 2, die jetzt als Vorgabewert ausgewählt ist. Da kann ich halt beliebige andere Daten ablegen, wenn die Felder des Easy Business Managers nicht reichen, kann ich da halt beliebig viele eigene Felder machen und damit meine Organisation übernehmen und muss mich halt nicht dem EBM anpassen. Und hier oben habe ich dann auch das Testfeld, wo ich dann zum Beispiel filtern kann. Ich habe es hier in der Suche mit drin und Sortierung hatte ich, glaube ich, auch angeklickt. Genau, da ist der Test dann. Damit ist der EBM halt quasi beliebig erweiterbar. Ja. Ja, es wäre jetzt ein bisschen schwierig, weil, also geht jetzt nicht mit den eigenen Feldern. Du kannst das Feld zwar anlegen, aber du kannst kein Callback hinterlegen. Das müsste man dann händisch nachrüsten. Ja, dann, ich sagte ja schon öfter, es können hier Felder beliebig belegt werden. Es gibt hier insgesamt knapp 100 Einstellungen. Hier habe ich zum Beispiel so eine Selectbox, da kann ich halt beliebig die Schlüssel und die Werte eingeben. Das ist halt das, was mir angezeigt wird. Das ist das, was gespeichert wird. Und damit kann ich halt meine eigenen Begriffe da in den EBM reinbringen. Und natürlich noch jede Menge weitere Einstellungen. So. Okay, ich glaube, wir liegen gar nicht so schlecht in der Zeit. Es gibt noch ein paar Tools, die ich jetzt hier nur kurz zeigen will. Man kann Adressen von einem Google-Konto importieren. Man kann für die E-Mail-Erweiterung Standardtexte verwalten. Die kann ich dann in eine Mail einfügen und dann dort bearbeiten. Ich kann CSV-Import machen. Ich kann V-Card-Import machen. Ich kann die Einstellungen zurücksetzen. Wenn also mal gar nichts mehr funktioniert, weil ich in den Einstellungen rumgefummelt habe, kann ich die hier einfach zurücksetzen. Und wenn der Demo-Bilder installiert ist, habe ich auch die Möglichkeit, hier Demo-Daten zu erstellen, wenn ich einfach mal ein bisschen rumklicken will. Das ist sicherlich auch sinnvoll, wenn man sich die Online-Demo unter easybusinessmanager.de ansieht. Erstmal Demo-Daten erstellen, dann werden so 3200 Datensätze erzeugt und dann kann man da in aller Ruhe rumklicken. Okay, komme ich zum ersten Kernthema. Die Projektverwaltung. Auch hier habe ich wieder diese Icons mit den zusätzlichen Informationen. Ich habe hier die Möglichkeit, Projekte direkt fertig zu melden. Und natürlich kann ich Projekte bearbeiten. Ich kann mir hier den Kunden raussuchen, für den das Projekt ist. Ich kann sagen, welcher Mitarbeiter ist zuständig. Ich kann eine Bezeichnung eingeben. Ich habe wieder eine automatische Nummer, eine Beschreibung, Priorität, Status, Deadline, Kategorie. Das sind halt die normalen Dinge, die man bei einer Projektverwaltung halt braucht. Zusätzlich auch wieder die Möglichkeit, eigene Felder einzufügen. Ich kann sagen, es ist ein Projekt, was berechnet wird oder eben nicht. Projekt abschließen kann ich auch hier. Und ich kann pro Nutzer Rechte vergeben, was hier jetzt ziemlich sinnfrei ist, weil ich nur einen angelegt habe. Aber hier könnte ich wirklich sagen, nur bestimmte Benutzer aus Backends dürfen dieses Projekt sehen. Oder natürlich auch Benutzergruppen, aber die habe ich hier, glaube ich, gar nicht angelegt. Und diese Sachen hier werden, also ein Projekt besteht immer aus Meilensteinen. In den Meilensteinen gibt es Aufgaben, die erreicht werden müssen, um den Meilenstein abzuschließen. Und diese Einstellungen hier werden nach unten weiter vererbt. Die muss ich halt nicht bei jedem Meilenstein, bei jeder Aufgabe neu anlegen. Die werden immer übernommen. Ich habe natürlich die Möglichkeit, das zu ändern. Ich kann sagen, okay, das Projekt wird berechnet. Aber dieser Meilenstein oder diese Aufgabe soll jetzt mal nicht berechnet werden. Die ist nur intern. Sieht man aber gleich auch noch. Fragen zu dem Projekt bis jetzt? Okay. Habe ich schon irgendwen abgehängt oder irgendjemand völlig überfordert? Okay. Ich denke, so schwer ist es auch nicht. Es gibt ein paar Sachen, die man wissen muss und die kommen jetzt. Und der Rest ist, glaube ich, auch relativ intuitiv. Es ist halt ein Contao. Auch hier, das ist eigentlich so die zentrale Ansicht, weil ich mir gedacht habe, in der Regel arbeitet man an einem Projekt. Gut, dann arbeitet man später auch mal an einem anderen Projekt. Aber selten, dass man so zwei Dinge gleichzeitig macht. Hier habe ich einmal den Meilenstein, wieder mit zusätzlichen Informationen. Ich habe hier oben das Projekt und ich habe die Aufgaben eines Meilensteins. Die kann ich auch zuklappen, wie das im Conta auch üblich ist. Ich kriege auch hier wieder zusätzliche Informationen. Ich kann mir diese Aufgabe direkt hier fertig melden. Ich kann sie hervorheben. Wenn ich einfach hier draufklicke, dann wird es blau dargestellt. Die roten sind fällig. Da wird es also Zeit, dass sie erledigt werden. Die blauen sind halt hervorgehoben. Und dann gibt es zusätzlich noch eine Abstufung in der Farbe der anderen, der normalen Aufgaben. Von hellgrau ist unwichtig bis dunkelgrau bzw. schwarz ist ganz wichtig. Auch da sieht man direkt optisch die Priorität einer Aufgabe. Ich kann hier direkt in die Bearbeitung der Aufgaben springen, wo ich im Prinzip dasselbe habe wie beim Projekt. Ich gehe jetzt erstmal kurz in einen Meilenstein rein. Hier habe ich nicht ganz so viel wie beim Projekt. Ich brauche halt keinen Kunden mehr auswählen, weil der im Projekt definiert ist. Ich kann aber auch hier wieder sagen, wer ist zuständig. Es kann ja sein, dass der Projektmanager ist für das Projekt zuständig. Aber für diesen Meilenstein, zum Beispiel Design, wäre jetzt halt der Designer zuständig. All solche Sachen kann ich hier abbilden. Ich habe die Möglichkeit, Bezeichnung und Beschreibung einzugeben. Das sind wieder die Sachen, die vom Projekt vererbt werden. Eben das Projekt war Priorität 5. Der Meilenstein hat aber jetzt Priorität 8. Der ist also wichtiger. Ich kann auch hier wieder sagen, soll berechnet werden. Und ich kann hier die Rechte einschränken. Das heißt, ich kann sagen, das Projekt soll jetzt Benutzer XY sehen, den Meilenstein aber ein ganz anderer. So, dass zum Beispiel der Manager das Projekt sehen kann. Aber der Designer kann jetzt halt den Meilenstein sehen. So. Ja, die Aufgaben sehen eigentlich fast identisch aus. Auch hier kann ich wieder sagen, wer ist zuständig. Bezeichnung, Beschreibung, Priorität, Status. Hier gibt es zusätzlich noch einen Tracker. Also Feature, Bug, Support. Auch das ist wieder individuell zu belegen. Und pro Aufgabe kann ich dann Zeiten erfassen. Ich springe jetzt mal in die Übersicht der Aufgaben. Da sehe ich einmal hier diese Sanduhr. Ohne Pfeil wurden noch keine Zeiten erfasst. Mit dem Pfeil wurden Zeiten erfasst. Das ist zum Beispiel die Testzeit, die ich eben kurz erfasst habe. Da sieht man auch, das ist keine Minute. Bei den Zeiten habe ich die Möglichkeit, neben Bezeichnung und Beschreibung, zu sagen, welcher Mitarbeiter hat diese Zeit benötigt. Was hat er getan? Die Zeit soll berechnet werden. Wenn die Zeit dann in ein Angebot importiert wurde, wird dieser Haken gesetzt, damit sie nicht erneut nochmal importiert wird. Da ist es also auch egal, wie lange eine Zeit zurückliegt. Ich muss auch nicht sagen, importiere mir die Zeiten des letzten Monats, sondern es werden in der Regel alle Zeiten importiert, die noch nicht verrechnet wurden. Ich kann sagen, Startdatum, Startzeit, Enddatum, Endzeit. Und ich kann sagen, wenn ich also keine richtige Zeiterfassung mache, sondern nur eine rückwirkende Zeitverteilung, dann kann ich hier einfach die Summe eingeben. Die Summe überschreibt dabei immer die oberen Zeiten. Noch Fragen zur Projektverwaltung, zur Zeiterfassung? Okay. Ja. Nein. Nein. Mit dem habe ich hier eben die Zeit erfasst. Ich wähle einfach den Kunden aus. Die Aufgabe, auf die ich die Zeit erfassen will. Ich kann eine Dienstleistung auswählen, zum Beispiel Beratung. Ich kann auch eingeben, eine Bezeichnung eingeben, wenn ich will, muss ich aber auch nicht. Und dann sage ich Zeit erfassen. Und dann läuft hier die Zeiterfassung. Ich kann mich jetzt abmelden. Ja. Ich kann hier eine Bezeichnung eingeben. Und dann, gut, wenn ich es genauer haben will, dann muss ich halt reinspringen. Und dann habe ich halt diese Maske hier und dann kann ich hier zusätzlich noch eine Beschreibung eingeben. Das geht aber nicht über die Maske, weil die Maske hat viel Schnellerfassung da ist. So, Kunde ruft an, ja, Moment, Zeiterfassung starten. Und dann läuft halt die Zeiterfassung und dann greift wieder die Mindestzeit, die mindest importiert werden soll, wenn es ins Angebot importiert werden soll. Und das sollte halt einfach schnell gehen. Aber ich kann das natürlich auch nachträglich bearbeiten, die Erfassenzeiten. Ja, wenn du das mit dem mobilen Gerät, wenn du das Backend mit dem mobilen Gerät bedienen kannst, würde auch die Zeiterfassung funktionieren. Ja, ja, also ich kann mich jetzt hier abmelden, könnte das Ding zumachen, dann würde ich nur die Seite nachher nicht wiederfinden. Und wenn ich mich anmelde, dann läuft die Zeiterfassung immer noch, bis ich halt Stopp klicke. Dann hört die Zeiterfassung auf. Da wird einfach beim Start die Zeit in der Datenbank vermerkt und beim Stopp dann nochmal. Und für die Anzeige wird halt geguckt, ob der gerade aktuelle Benutzer noch eine offene Zeiterfassung hat. Noch Fragen? Okay. Dann komme ich zur Auftragsverwaltung. Hier habe ich die Möglichkeit, verschiedene Dokumente zu erstellen. Zum Beispiel Angebote. Ich kann hier den Typ auswählen. Derzeit gibt es Angebote, Auftragsbestätigung, Lieferscheine, Rechnung, Gutscheine, erste, zweite Zahlungserinnerung und Mahnung. Anhand des Typs wird wieder automatisch eine Nummer generiert. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einen Textbestandteil. Ich habe das Ja als Datumsbestandteil und die automatische Nummer. Ich kann wieder den Kunden auswählen, für den das Dokument sein soll. Ich kann hier das Template auswählen. Das ist einmal für die Mahnung und einmal die ganz normalen Rechnungen. Ich kann hier auswählen, Rechnungsadresse, Lieferadresse. Damit ist es halt möglich, eine Rechnung an die eine Adresse zu schicken, den Lieferschein an die andere. Sodass man halt zum Beispiel Rechnung an die Hauptstelle, Lieferung an die Filiale oder solche Sachen kann man nicht abbilden. Ich kann hier Auftragspositionen kopieren. Wenn der Kunde schon ein offenes Angebot zum Beispiel hat, würde ich den Haken setzen, würde das Angebot hier auswählen. Wenn ich eine Rechnung erstelle, kann ich dann die Positionen kopieren. Die werden hier in das Angebot eingefügt und ich kann sie dann bearbeiten, weil oftmals kommt ja noch was dazu. Es gibt Zusatzaufwand oder ähnliches. Es ist ja selten, dass ein Angebot eins zu eins übernommen wird. Das kann ich hiermit abbilden und ich kann hier sagen, Zeiten aus einem Projekt importieren. Dann werden alle offenen Zeiten des gewählten Projekts hier in die Rechnung importiert. Dabei werden die pro Position aufsummiert. Ich habe also nicht 100 mal 5 Minuten Telefonsupport da drin, sondern ich habe eine Position Telefonsupport. Und da sind kumuliert alle Zeiten drin, die ich für den Kunden auf diese Position erfasst habe. Was ich natürlich noch ändern kann, ich kann das noch aufsplitten nach Monat oder sonst was und dann halt eine Bemerkung hinterlegen. Dann kann ich das Auftragsdatum, das Ablaufdatum des Angebots oder der Rechnung, halt das Fälligkeitsdatum hinterlegen. Und ich kann das Leistungsdatum hinterlegen und das dann auch auf den Dokumenten ausgeben. Ich kann sagen, es ist ein Intervallauftrag, zum Beispiel bei Serviceverträgen oder Hostingrechnungen. Da kann ich dann das Intervall festlegen, zum Beispiel alle 6 Monate bekommt er eine Rechnung. Dann werde ich auch wieder benachrichtigt, wenn der Termin fällig ist. Dann reicht ein Klick. Ich springe mal kurz zurück. Auf dieses Icon hier habe ich jetzt gerade den Haken gesetzt. Da ist die nächste Intervallrechnung fertig. Wenn ich da draufklicke, wird ein neuer Auftrag angelegt vom gleichen Typ mit den gleichen Positionen, aber dem aktuellen Datum. Und so kann ich dann halt immer die nächste Hostingrechnung automatisch generieren. Dann kann ich noch natürlich Bemerkungen hinterlegen. Wie immer beim EBM sind die Beschreibungen bzw. Bemerkungen für den Kunden sichtbar. Die kann ich also im Angebot oder in der Rechnung ausgeben. Die Kommentare sind nur intern. Das geht den Kunden nichts an. Dann gibt es die Positionen. Dort kann ich aus meinen Dienstleistungen und aus meinen Produkten die aktiven Produkte oder Dienstleistungen auswählen. Die werden dann hier eingefügt. Wenn ich jetzt einfach mal zum Beispiel das nehme. Dann wird mir das eingefügt mit der Standard Einzelpreis, der Standardmenge, die Einheit. Dann kann ich hier einen Rabatt eingeben, zum Beispiel 10. Dann kann ich auswählen, das soll Euro oder Prozent sein. Ich kann den Steuersatz hinterlegen und sehe dann hier unten den Gesamtpreis. Und kann sagen, es ist eine optionale Position. Dann wird es nicht hier unten in die Gesamtsumme übernommen. Wenn der Hack nicht gesetzt ist, wird es halt ganz normal übernommen. Dann habe ich die Möglichkeit, den Status des Auftrages festzulegen. Angenommen, abgelehnt, ergebnislos. Auch das wieder individuell belegbar. Ich kann sagen, eine Bemerkung dazu hinterlegen. Ich kann sagen, es ist ein Entwurf. Dann wird halt so ein Wasserzeichen Entwurf eingefügt in das Dokument. Ich kann sagen, es wurde bereits gedruckt. Das wird automatisch gesetzt, wenn ich einmal das Drucken aufgerufen oder das Erstellen des Dokuments aufgerufen habe. Ich kann sagen, ich habe es versendet und es ist erledigt. Dann habe ich noch den Haken Schlussrechnung. Wenn ich den setze, werden alle Auftragsreferenzen fertig gemeldet. Wenn ich also auf einem Angebot eine Rechnung erzeugt habe und sage, hier, das ist die Schlussrechnung, wird auch das Angebot auf erledigt gesetzt. Einfach damit das nicht mehr in der Auswahlbox für die Aufträge hier erscheint. Das ist einfach dafür da, damit die Selectbox nicht zu voll wird, wenn ich für den Kunden mehrere Projekte mache. Wenn ein Projekt abgeschlossen ist, dann wird das hier auch komplett aus der Selectbox entfernt. Zu der Eingabe der Aufträge noch Fragen? Okay. Ich glaube, ich spare mir das Fragen nach Fragen jetzt einfach mal. Bitte einfach bemerkbar machen, notfalls mit irgendwas schmeißen oder laut zwischenrufen. Wenn ich dann hergehe und ein solches Dokument erstelle, dann habe ich jetzt in diesem Fall die PDF-Erweiterung installiert. Dann kommt ein PDF. Das ist leider, sind die PDFs und OpenOffice-Dokumente optisch nicht kompatibel. Also das eine kommt aus dem HTML, das andere aus dem OpenOffice-Dokument. Die Vorlagen sind da leider nicht identisch. Deshalb die auch leider nicht identisch aussehen. Ich hoffe, ja, so sieht man es ganz gut. Dann habe ich halt die Möglichkeit, hier ein Logo einzubinden, ein Header. Diese Dinge kommen aus dem, also von dem Benutzer. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, damit Vertriebspartner abzubilden, die unter eigenem Firmennamen arbeiten. Weil der Firmenname aus dem Datensatz des Backend-Benutzers kommt. Die Mitarbeiter lege ich halt als Backend-Benutzer an. Und die haben halt das Feld Firma und damit haben die hier ihren eigenen Firmeneintrag. Wenn jetzt natürlich alle Mitarbeiter für mich arbeiten, dann muss ich bei denen halt meine Firma eingeben. Ja, dann habe ich hier die Überschrift. Ich habe hier die Daten, Fälligkeitsdatum, Rechnungsdatum, Lieferdatum. Ich habe hier die Positionen und ich habe hier die Summen. Und zusätzlich habe ich noch die Möglichkeit, Texte einzufügen. Ja, und das könnte ich jetzt halt als PDF direkt per Mail an den Kunden schicken. Dies kann man natürlich individuell gestalten. Bei PDF ist es ein einfaches HTML, eine einfache HTML-Seite. Und bei ODT ist es halt ein Open-Office-Dokument, was man aber auch mit Microsoft Office öffnen kann. Okay. Gut. Mal eben auf den schlauen Zettel schauen. So, dann stelle ich jetzt einmal um, um auf die Vorlagen einzugehen. Das ist vielleicht noch ein bisschen umständlich. Da sollte man vielleicht mal Checkboxen einfügen, damit die Einstellungen komfortabler werden. Aber in der Regel stellt man die ja nur einmal ein. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal aufrufe, bekomme ich halt mein ODT-Dokument. Ich gehe jetzt einfach mal auf Speichern. Auch den Dateinamen kann man in den Einstellungen bequem festlegen. Das sähe dann so aus. Man sieht wahrscheinlich nicht so viel. Na, komm mal her. Da habe ich hier oben halt meine Angebotsdaten mit dem eventuell der Auftragsreferenz, der Leistungs- und Rechnungsdatum, Kundendaten, Mitarbeiterdaten und ebenfalls wieder die Produktdaten. Dieses wird einfach über Insert-Tags erreicht. Wenn ich da jetzt mal in, die kann ich mir also ganz normal hier über die Template, hier habe ich mir jetzt so ein Template einfach mal angelegt, einfach über neues Template. Ich kann es jetzt nicht über die Contao eigene Funktion bearbeiten, weil es halt kein Textdokument ist, sondern ein OpenOffice-Dokument. Da muss ich dann einmal in den Ordner, das war jetzt schlecht. In den Ordner Templates, da habe ich dann mein Template. Das kann ich umbenennen, wenn ich möchte. Dann wird es in der Select-Box auch angezeigt. Und da habe ich dann solche Insert-Tags. Ich habe hier einmal die Tabelle TL-Invoice. Das ist halt alles, was mit Rechnung zu tun hat. Da kann ich auf alle Felder der Tabelle zugreifen. Es sind auch Demo-Dokumente mit drin, wo die ganzen Insert-Tags erklärt werden. Ich habe hier TL-Member, also die Kundendatenbank kann auf alle Felder zugreifen. Items sind die ganzen Felder der Positionen. Und dann habe ich hier halt wieder die Summen aus der Rechnungsdatenbank. Wichtig ist es hier. Ich habe mal eine Frage für die Positionen selbst. Hier ist es ja so angeordnet, dass im Prinzip ein Artikel, eine Zeile, die ich für beansprucht habe, wäre das mit dem Bild zusammengefasst. Und dann habe ich eine Artikel, 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 eine Artikel. Nein, könnte man halt nur in die Note, also in die Bemerkung reinschreiben. Es handelt sich um die und die Unterartikel oder so. Hier ist es wichtig, das OpenOffice ist leider so eine Art schlechter HTML-Editor, wie das früher war. Wenn man hier jetzt so ein Stück kopiert, dann irgendwo einfügt und was dahinter einträgt, dann wird intern eine Art Style-Information, so Inline-Style-Sheets quasi drumherum gelegt. Weil es ist halt einfach ein XML-Dokument und dadurch wird der Tag dann nicht mehr gefunden, weil er hängt halt im Dokument selber nicht mehr zusammen. Die werden hier zwar nicht angezeigt, aber hier ist halt fett und große Schrift und wie man das so von CSS kennt, ist das auch hier bei OpenOffice. Und das habe ich dann einmal um dieses Stück und einmal um dieses Stück und deshalb wird der Tag dann nicht mehr als zusammenhängend erkannt. Es ist also besser, das von Hand einzugehen, das ist leider so eine kleine Schwäche. Deswegen gibt es auch zwei ODT-Bibliotheken. Bei der anderen ist es so, der erkennt zwar alle Tags, weil der einfach alles rausschmeißt, was da drin ist, gnadenlos. Der hat aber dann das Problem, dass die Struktur nicht mehr stimmt. Da muss man das Dokument immer einmal reparieren. Dann sagt er, das Dokument ist kaputt, bitte auf Reparieren klicken. Dann sagt man, ja, dann funktioniert es auch. Das sind beides kleine Unschönheiten, die aber mit der PDF-Erweiterung auch gelöst werden. Also bei PDF gibt es das nicht. Okay, jetzt ist mein Browser weg. Super. Naja. So, zu der Auftragsverwaltung noch Fragen. Mensch, das geht ja schnell. Ja, dann komme ich schon einmal zu, also PDF hatten wir ja eigentlich schon, komme ich einmal zu der neuen Mail-Erweiterung. Hier habe ich die Möglichkeit, Postfächer einzugeben. So, ich springe nochmal kurz rein. Ich kann hier Server auswählen, Protokoll, Verschlüsselung, Benutzername, sollen die Anhänge gespeichert werden. Wenn ja, wo, soll eine Verzeichnisstruktur erstellt werden. Dann wird immer Jahr, Monat, Tag erstellt und darin wird dann der Anhang gespeichert. Und ich habe die Möglichkeit, in diesem Mail-Postfach verschiedene Ordner direkt anzusprechen. Das heißt, ich habe zum Beispiel hier einen Ordner Test-Mail. Es werden also nicht alle Mails, die reinkommen, abgerufen, sondern nur die, die ich in den Ordner Test-Mail verschiebe. Dann habe ich mein Mail-Programm und alles, was zum Beispiel, wenn ich einen Kundenordner mache, alles, was mit Kunden zu tun hat, schmeiße ich da rein. Dann rufe ich das hier auf und sage, Mails abrufen und dann werden alle Mails hier abgerufen. Kann ich jetzt hier nicht machen, weil ich kein Netz habe. Diese werden anhand der Absendeadresse automatisch einem Kunden zugeordnet. Das Ganze kann ich dann hier bearbeiten. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich sagen, das soll jetzt nicht Frau Mustermann sein, sondern das soll jetzt jemand anders sein. Okay, hier habe ich keinen anderen als Frau Mustermann. Diese Zuordnung, diese manuelle Zuordnung, die wird gespeichert und später automatisch wieder angewendet. Dann wird eins gemacht, diese werden automatisch dem Kommunikationsverlauf des Kunden zugeschrieben. Zum Beispiel habe ich hier jetzt die Mail mit der Anfrage. Die wurde jetzt automatisch hier in den Kommunikationsverlauf eingefügt. Damit kann ich automatisch Mails importieren. Brauche halt nicht mehr per Copy and Paste hier irgendwelche Kommunikationsversuche anzulegen. Und ich habe hier die Anhänge, die mit der Mail gekommen sind und kann die auch hier wieder bequem öffnen, so wie das vom Browser halt vorgegeben wird. Zusätzlich habe ich noch die Möglichkeit, hier auch direkt E-Mails zu versenden. Ich kann hier einen Standardtext, den ich unter den Tools verwalte, importieren. Der wird hier dann eingefügt, inklusive Betreff. Wenn der Betreff leer ist, wenn ich auf eine Mail antworte und da steht schon Betreff drin nicht, dann kommt der Desree-Antwort und dann der alte Betreff. Dann habe ich hier den eingefügten Text. Den kann ich natürlich jetzt auch noch bearbeiten. Ich kann Anhänge aus dem Dateisystem hinzufügen, zum Beispiel ein PDF-Dokument mit AGBs. Die erstelle ich ja nicht für jeden Kunden individuell, sondern habe ich in der Regel fertig vorliegen. Das kann ich hier anklicken und ich kann sagen, wenn ich die Mail verschicke, dann erstelle mir bitte diesen Auftrag. Der wird dann in dem Augenblick, wo ich die Mail verschicke, nicht wo ich sie jetzt abspeichere, wird er erstellt. Das heißt, ich habe jetzt auch noch die Möglichkeit, wieder in den Auftrag zu gehen, irgendwas zu ändern, weil der Kunde anruft oder was auch immer. Und wenn ich dann die Mail verschicke, wird der aktuelle Stand des Auftrags exportiert. Dafür ist die PDF-Erweiterung allerdings erforderlich. Wird hier im Dateisystem eingetragen, also hinterlegt und als Anhang hier eingetragen, sodass ich den dann auch wieder hier bei den Anhängen dabei habe. Und dann habe ich hier dieses Icon. Wenn ich dann da draufklicke, wird die E-Mail automatisch an den Kunden geschickt. So habe ich halt einen kompletten automatisierten Kommunikationsverlauf mit dem Kunden, zumindest was E-Mail angeht. Wenn er anruft, dann muss ich natürlich manuell eintragen. Faxe gehen auch nicht. Noch irgendwelche Fragen? Ja, muss nicht. Das steht dir frei. Wenn du sie nicht erfassen willst, brauchst du sie auch nicht darüber laufen lassen. Also, ja, ja, nein. Du musst natürlich nicht die E-Mails hier rüber schreiben. Du kannst auch über dein E-Mail-Programm schreiben und dann zusätzlich noch ein weiteres Postfach anlegen. Weil ich rufe ja nicht nur diese E-Mail-Adresse ab, sondern einen Ordner dieser E-Mail-Adresse. Du kannst natürlich auch den Ausgangsordner abrufen. Das geht auch. Dann werden die halt auch importiert. Dann würdest du halt die Kommunikation über dein E-Mail-Programm machen, würdest einmal den Eingangsordner importieren und einmal den Ausgangsordner importieren und hättest dann auch wieder beides hier drin. Das geht auch. Da stehen dir alle Möglichkeiten offen. Ja, hallo. Ja. Ja, gut. Nein, das glaube ich. Also, das ist Platz, glaube ich nicht. Also, Contaro kommt ja auch mit sehr großen Internetseiten zurecht, was ja im Prinzip auch die gleichen Daten sind, nur in anderen Tabellen. Also, da sehe ich keine Gefahr, dass Contaro da irgendwann an seine Leistungsgrenzen stößt. Und ich würde sagen, das kommt auf die Anforderungen an. Also, es gibt Kundenprojekte, die auch ein Frontend haben, wo Kunden Anfragen stellen können, wo sich Leute registrieren können mit automatischer Rechnungserzeugung, Mailversand und so weiter und so fort. Das macht natürlich Sinn, dann den EBM an eine Internetseite zu koppeln. Oder aber, wenn du von überall über deine Internetseite Zugriff darauf haben möchtest, dann macht es natürlich auch Sinn, den an der Internetseite zu koppeln. Wenn er jetzt nur lokal im Büro laufen soll, dann macht es mehr Sinn, den im Internet, Intranet zu betreiben, also direkt lokal in der Firma. Aber möglich ist beides. Ich habe noch eine Frage. Nein, gibt es noch nicht. Ist angedacht, nur eine kleine Einnahmeausgabenüberschussrechnung da irgendwie mit reinzubringen. Da habe ich im Augenblick aber noch das Problem, dass man Contaro nicht testen kann. Aber wenn ich so etwas machen würde, würde ich es eigentlich lieber nur dann machen, wenn man es auch per Unit-Test wirklich die Funktion sicherstellen kann, weil es halt auch um Geld geht. Ich meine jetzt einen einfachen Report der Rechnungen zu erzeugen, ist relativ simpel. Man braucht ja nur die Datenbank auslesen, ist Typ Rechnung, dann aufsummieren, fertig. Also Positionen einzeln ausgeben, Summe drunter, das wäre relativ fix möglich. Es ist noch nicht mit drin, nein, genau. Ja? Nein, der wird gespeichert. Also... Genau. Genau. Ja. Also ich mache das immer so, ich habe einen Eingang, habe dann einen Ordner Kunden, da schmeiße ich erstmal alles rein, dann importiere ich das in den EBM und dann wird der Kundenordner wieder gelöscht. Dann habe ich den Server sauber, habe da immer den Überblick über das Aktuelle und wenn der Kunde dann in einem halben Jahr anruft, wir hatten doch mal was besprochen, dann gehe ich halt in den EBM, suche mir den Kunden raus und sehe dann direkt, was ich mit ihm da kommuniziert habe. Ja, ja, ein POP3 soll angeblich auch gehen, ich habe es aber nicht getestet, deswegen offiziell das Statement, es geht nur IMAP, würde ich einfach mal versuchen. Okay. So, muss ich mal eben schauen, ich habe hier mal glücklicherweise den Browser eben geschlossen. Das hier ist zum Beispiel so ein Kundenprojekt mit Frontend, was auf dem EBM aufbaut. Hier geht es halt um die Vermittlung von Dienstleistungen, Handwerker-Dienstleistungen. Hier kann ein Kunde seine Anforderungen eingeben, so Ausbau des Dachs, Neueindeckung, Dachfläche und so weiter und so fort, was er halt braucht. Kann seine Daten eingeben, dann können sich hier Handwerker registrieren. Die können genauso ihre Leistungen hier eintragen. Wenn, dann wird geguckt, wenn eine Anfrage kommt, stimmt die mit dem Profil des Handwerkers überein. Wenn ja, dann bekommt der Handwerker die Adresse und eine automatisch erzeugte Rechnung per E-Mail beides und zahlt dann eine Pauschale für die Vermittlung dieser Adresse. Zusätzlich hat der Handwerker die Möglichkeit, sich hier anzumelden, seine Daten zu ändern und anzusehen. Dies geht dann an den Admin, der prüft das und trägt das dann eventuell in die Datenbank ein. Ich habe hier die Möglichkeit, die Anfragen noch einmal anzusehen, die Details der Anfragen. Und ich habe die Möglichkeit, die Rechnung mir noch einmal anzeigen zu lassen und diese dann auch im Detail. Okay, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo auf den E-Mail ein Frontend draufgesetzt wurde. Wobei hier der Hauptaugenmerk eigentlich nicht auf der Benutzung des E-Mail liegt, sondern auf der Automatisierung. Hier wurde halt die Struktur des E-Mail genommen, die schon da ist, wurde dann das Frontend draufgesetzt und dann eine Automatisierung. So, dass der Betreiber der Seite damit, also so gut wie keine Arbeit hat, wenn es einmal eingerichtet ist, läuft es halt selbstständig. Das ist halt der Vorteil des E-Mail, dass man den ganz gut automatisieren kann. Und dazu gibt es dann auch ein Backend. Da gibt es dann noch zusätzlich den Punkt Anfragen. Es gibt natürlich ganz normalen E-Mail-Module. Ich habe hier auch die, hier habe ich jetzt zum Beispiel diese Bubbles eingeschaltet. Da sehe ich dann sofort, welche Rechnungen hier gerade aktuell sind. Und hier habe ich halt die Möglichkeit, dann die Rechnungen für die einzelnen Handwerker zu sehen. Es gibt die Möglichkeit, wenn ein Handwerker länger dabei ist, zu sagen, du kriegst jetzt nicht mehr für jede Anfrage, die wir dir übermitteln, eine Rechnung, sondern wir machen Monatsrechnungen oder Halbjahresrechnungen. Das ist dann einstellbar. Und ich habe hier die Möglichkeit, mir die Anfragen anzusehen, die übers Frontend reinkamen. Das ist eine Möglichkeit, ein Frontend für den E-Mail zu machen. Ein anderer Ansatz ist, dass man halt wirklich so eine Art Projektverwaltungstool im Frontend macht. Aber da gibt es noch keinen allgemeingültigen Weg, wie man und was man da umsetzen sollte. Es wird sicherlich nicht möglich sein, alles umzusetzen. Es gibt jetzt ein Proof of Concept fürs Frontend, wo man die meisten Sachen, also eigentlich alles anzeigen lassen kann und zumindest die Kundendaten und Projektdaten auch bearbeiten kann. Aber da gibt es noch ein paar kleinere offene Punkte, die noch bearbeitet werden müssen. Und dann wäre halt interessant zu wissen, was für Anforderungen es gibt, weil ich halt so überhaupt keine Rückmeldungen bekomme, ob der E-Mail eingesetzt wird, wie er eingesetzt wird und wo da die Wünsche, die Feature-Requests liegen. Ich will jetzt nicht einfach irgendeinen Frontend draufsetzen, was nachher keiner braucht, sondern da wäre es dann schon interessant zu wissen, was wirklich am Markt gewünscht wird. Okay. Bitte? Nein, wie gesagt, es gibt ein Proof of Concept, wo man alles anzeigen kann und zwei Sachen bearbeiten kann, aber alles umzusetzen wäre einfach viel zu komplex. Also da müsste man das ganze Backend und Frontend nachbauen, das macht keinen Sinn. Und da wäre für mich wichtig zu wissen, wo das Interesse liegt, was halt gewünscht wird, bevor man da ins Blaue entwickelt. Okay, Mensch, da war ich ja richtig schnell. Ja, dann liege ich ja so drei Minuten vor der Zeit. Wer hätte das gedacht? Hätte ich ja nicht mit gerechnet. Gibt es noch Fragen? Ja. Wenn dann drei, eins, ja, würde ich gerne machen. Also das ist ja jetzt letztendlich ein Projekt, das habe ich angefangen, weil ich das brauchte. Das habe ich in meiner Freizeit gemacht. Das ist also kein bezahltes Kundenprojekt oder so. Da habe ich jetzt ungefähr 220, 250 Stunden investiert. Jetzt muss man sagen, ist auch irgendwo ein Limit erreicht, wo ich sagen muss, okay, Kundenprojekte gehen jetzt einfach vor. Und ich habe das mal grob überschlagen. Ich glaube nicht, dass ich es in zwei Wochen Vollzeit schaffen würde, den auf Contaro 3 zu heben. Und da ist einfach eine Grenze erreicht, wo man sagen muss, da muss man ein tragfähiges Finanzierungskonzept für haben. Ich denke, die Kosten für eine Aktualisierung auf 3.1 würden so circa bei 4.500 Euro liegen. Und das kann ich einfach nicht alleine stemmen. Da ist die Frage, ob das Interesse in der Community groß genug ist, den EBM auf Contaro 3 zu heben. Man muss ja auch sagen, es ist eine Software, die, wie eben schon gesagt, größtenteils wahrscheinlich im Intranet läuft und nicht mit einer Webseite verknüpft ist. Ob das dann so schlimm ist, wenn es Contaro 2.11 noch für eine Zeit ist. Also da bin ich für alle Vorschläge offen. Ich würde es gerne auf Contaro 3 heben. Hat tolle Features, Contaro 3.1. Jederzeit gerne. Man muss nur halt gucken, wie man es finanziert. Noch Fragen? Okay. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Wer jetzt Interesse am EBM hat, es gibt noch weitere Informationsquellen. Es gibt eine Projektwebseite unter easybusinessmanager.de. Es gibt ein Unterforum auf contarocommunity.org. Und ich bin natürlich auch noch den ganzen Tag hier. Also wenn noch Fragen auftauchen, löchert mich einfach. Ich renne hier die ganze Zeit irgendwo rum. Ihr erkennt mich entweder an dem Logo auf meinem T-Shirt oder an diesem Gesicht. Ja, Stefan? Meine Demos? Ja, auf der Internetseite easybusinessmanager.de gibt es auch einen Demomanager. Dort kann man sich Demos erstellen und diese online dann durchtesten. Das haben wir einfach gemacht, damit nicht jeder immer so in einer Demo rumklickt und dann klickt wieder jemand anders und dann stimmt das Ergebnis wieder nicht. Deswegen kann sich da jeder seine eigene Demo anlegen. Einfach unter easybusinessmanager.de slash Demo, Online-Demo. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr es so lange mit mir ausgehalten habt und auch viel Spaß auf der Konferenz. Vielen Dank.